was geht ab liebe leute willkommen zu einem video und zwar in usc mit dabei ist solution der will jetzt ein bisschen auf die fresse bekommen hallo wahrscheinlich bekomme ich auf die fresse was geht ja freunde wir haben auch ein video für ihn aufgenommen ist verlinkt oben in der video beschreibung checkt es auf jeden fall aus und was hast du für den opa da genommen der ist 38 die anderen seien einfach viel älter aus oder sieht aus wie so ein scheiß holzfäller werden wir sehen ich würde spiel zum allerersten mal wahrscheinlich habe ich eben schon 40 minuten gespielt haben wir ja erst mal checken was er kann ich bin die lüge wirst direkt bestraft er kann erst mal treten auch der dritte gesessen ich tolle sofort ein bilder wasser das denn ich schlagte die chance ein was das für kombos wenn du fertig mit der welt ich meine auch eben von einem schlag ist er fast tot ja leute und wenn ihr mehr sehen wollt davon dann lasst auf jeden fall einen dicken like da ist ja klar oh schade er hat kommen müssen ist auf jeden fall mehr drin macht einfach bock das game also das ist ja mein erstes mal jetzt das macht schon eine lüge wirst du wieder auf die fresse das glüht das köpfchen das stück scheiße man komm her das hat mir viel zeit gegeben zum ausruhen scheiße das hat mir viel zeit gegeben zum ausruhen scheiße ich strebe dir nur auf die nähe ja komm her ja jawohl nein ja das war's ich bin doch die deckung hoch und ich kann nicht mehr scheiße oh fuck fuck oh ey das stück scheiße so ein lulatsch der typ bei oh nein ja nicht schlecht oh alter der hat ges ich bin so am arsch 40 sekunden noch das überlebst du glaube ich nicht hoffe ich oh shit oh mein ich komme Hilfe ich muss chillen ich muss chillen jetzt nein oh man was ist denn los hier dieses komm schon komm schon komm schon komm schon ne komm her jetzt noch oh man alter nicht schlecht die erste runde sieht auf jeden Fall aber die geben was heftig sieht auf jeden Fall ohne zu spoilern ein bisschen besser aus als die erste runde bei dir irgendwie auf jeden ey so ein Hinterweltler der könnte direkt den wrong turnmatch für den typ oh ich glaube jetzt ist die runde aufsteu ich hoffe das ist die nächste runde weil die sind absolut fertig ja die sind nicht fertig mit der Welt erst mal abklatschen so läuft das oh alter nein ah zu gehen die Kicks ok ey jetzt macht er das auch nicht oh 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 er hat richtig gut gesessen du blinkst so krass oh das ist nicht gut das sieht echt gut aus oh oh was für eine wüstes Schlägerei wir sind so alter ok oh ich taumel richtig ich schlag dich jetzt so kaputt Alter warte komm her fuck nice mein gott alter schöner uppercut ah jetzt sieht es doch schon wieder gut aus oh ey der muss doch mal fallen jetzt alter achso ich meine der tut nicht mehr richtig da geht noch was oh 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 was für eine scheiße nun was für eine scheiße nun was denn intensiver oh ist so ja oh was steh auf du Stück Scheiße was wie kann er doch mal aufstehen das ist Kämpfergeist hier was ist denn jetzt los ja nur mal neu positionieren irgendwie oh ok oh ein heftiger Headkick oh oh ja tolle Kicks ah schön ein paar leberharten kriegst du hier oh daneben es sah einfach so aus als wenn mein Bein gebrochen wäre total schon wieder eh ja oh nein steh auf alles klar alles klar ja ja natürlich oh du bist schneller ich trete dir einfach deinen scheiß Bein weg nee man ich mach hier einen Kickboxer Junge ich bin John Klo verdammt Alter komm her eh oh ich weiß nicht mal wie man drauf geht Alter Viereck drücken glaube ich einfach einfach raufhauen Junge Mann verpiss ich mit diesen du willst mir die ganze Zeit nur das Bein weg treten du hast nicht gesehen wie du sich gegen geflogen wirst das sah dann lustig aus oh schöner Punch Boah ok der Shepard nein oh nach 15 Sekunden ich brauche Pause oh nein sieben Sekunden oh oh und sauber Gott schon nein der auf no bum 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 wie sieht es aus hier Alter in der letzten Sekunde noch Alter Schwede Mann so muss der Kampf erster Kampf in meinem ganzen Leben direkt gewonnen kann man jetzt nochmal sich in Zeitlupe gönnen wie er den kaputt geschlagen ist kann man ja kann man ja oh ja der war der bin ich so ober wie ich zusammengesackt bin der wollte einfach in der Ecke kacken und einer so sah doch was jetzt da ich bin so ein Penner ja ja ok Alter ich würde sagen eine Runde kriegen wir wieder ja auf jeden der sieht so fertig aus der sieht so fertig aus uuh das war schon belastend so Leute zweite Runde er packt direkt den Tyson aus sicher er muss die Ehre wieder herstellen extra nochmal 10er investiert oder so oder was der kostet ja also insgesamt 10er das geht ich hab gesehen Bruce Lee gibt es auch oder? ja gibt es auch echt krass aber der also der ist auf einem Leichtgewicht unterwegs ja ok ok oh ok was ist das denn was ist das denn was ist das für ein Mike Tyson dreht direkt durch oh Mike Tyson ich hab gar keine Chance ich hab gar keine Chance boah wieder so blut boah der hat gesessen zack zack grünscht wieder hast du ein Problem? hast du ein Problem? hast du ein Problem? hast du ein Problem? was ist denn hier los? ob oh ha 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 null chance gegen Tyson Alter warte hab mich da für ein Lulatsch er hat ihn so runtergerückt netzer Kampf allerzeit null boah er hat ihn so aus dem Läden geboxt Guck dir das an Alter, guck dir die Fresse vor mit Timon, der hat schon damit gerecht zu sterben jetzt in dem Hat schon ein Leben abgeschrieben Gut Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen dicken Like da Wie gesagt, verlinkt ist der Solution auch oben in der Videobeschreibung Checkt da auch das Video an, was wir für ihn aufgenommen haben Und ja, dann rennt man sich beim nächsten Mal, haut rein Haut rein, Freunde, ciao, ciao